Jo Leute, was geht ab? Was ist los? Schon wieder an der krassesten und geilsten Gegend hier in Austria. Über was berichten wir denn heute? Was berichten wir heute? Ich sage euch einfach ganz easy-pissi, was es sich heute handelt. Es geht um einen Bericht, der um die Welt geht und Leute, 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 ich muss diesen Bericht mit euch teilen. In letzter Zeit werden Tankstellen präpariert von irgendeiner Gang an den Handpumpen, wo man halt das Auto tankt, solche Nadeln fixiert. Wenn man genau nicht hinschaut und tankt und diese Nadel in deine Hand eindringt, ist diese Nadel höchstwahrscheinlich auch mit Viren identifiziert. Es hat fatale Folgen. Also mit diesen Worten, Leute, achtet genau, wenn ihr einen Freund habt, der ein Auto hat oder Familie oder sonstiges, schaut zweimal hin oder dreimal hin, dass so eine Handpumpe nicht irgendwie präpariert ist, denn es gibt immer wieder solche Menschen, die Zero-Zero-Kopf haben. Und ja, Leute, es kann wirklich fatale Folgen haben. Achtet wirklich darauf. Viren können in das Blut hinein gelangen und dann, ihr wisst Bescheid, kann wirklich schlimm sein. Ich hoffe, euch hat dieses crass, crass, crass Video gefallen. Ihr wisst Bescheid, Leute, wenn ich immer solche neuen Informationen habe, ballere ich sie raus wie ein Einser. Und ja, Leute, das war es mit diesem Video. Ja, danke nochmal für's Zusehen. Passt bitte gut auf, sagst euren Freunden Bescheid, teilt dieses Video. Ihr wisst Bescheid, Leute, man tut nur, was man kann. Peace out.